Peace Leute, was geht ab? Ich bin's Justin und heute QVS Mensch Teil 2. Ja, wir grüßen ja wieder mal, Peter. Ja, Peter. Und ja, das ist jetzt Teil 2. Viel Spaß. What the fuck? Sieh, das geht mir. Ich. Oh. What the fuck? Was? 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 Kann ich dich nicht? Oh! Fuck! Ha! Ich probiere... Was stößt! Wie? Aaaa... Aaaa... Aaaaaaa... Was stößt? Okay, Leute, das war's mit der Müsse. Bert hat mich interessiert. Wenn ihr jetzt halt 3 Volt bei 150 Likes kommt der Teil 3, da wird's ein bisschen interessanter. Ein bisschen interessanter, weil da mache ich ein Wrestling mit meinem zweitfettesten Kuscheltier. Ja, der Teil ist noch nicht gekommen, aber er kommt bald. Und ja, jetzt haben wir 150 Likes und ciao, ciao. 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 Ciao.